Ich hab die Stufen nicht gesehen. Na, dafür den Brett Pitbull umso besser. Da, die Möpsel von der Dicken musst du mitnehmen. Wo ist der andere? Oh nein! Was machen wir denn jetzt? Das ist genau das, was wir brauchen. Schönheit und Unglück. Und Möpsel. Genau. Sag mal, geht's noch? Was geht dem meine Figur an? Der sollte nur Costa und den Daumen heben, mehr nicht. Ach, Schätze, jetzt fühlt er sich besser. Ausgerechnet. Ach, der schon wieder, der nächste Platz. Mops! Nein, nein, nein. Mops, auf zu fesseln! Glaubst du, der rückt das freiwillig raus? Hühnchen, eingelegten Olivenöl mit Zitronenraspel, Thymian und frischem Oregano. Ja, 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 schon gut. Schon ein Frühstück gehabt? Sehr gesund und hat ganz wenig Kalorien. Wieso? Bist du auf Diät? Hallo! Gptic апlatsch! Na NSG! Vielen Dank.